Das Fahrzeug wird zugelassen für vier Länder, das heißt für die Schweiz, Deutschland, Italien und Österreich. Und auf dem Fahrerpult haben Sie hier alle Bedienelemente, die notwendig sind, um das Fahrzeug mit drei Systemen, also mit den unterschiedlichen Spannungssystemen zu betreiben und auch von der ganzen Zugsicherung für die vier Länder, dass der Verkehr grenzüberschreitend funktioniert, ohne dass der Zug an der Grenze anhalten muss. Das Ganze nennt sich fahrende Transition, das heißt das Fahrzeug kann zwischen den verschiedenen Zugsicherungssystemen wechseln, ohne dass zwischendrin ein Anhalt notwendig ist.